Herzlich Willkommen zu einer Runde Obscurity mit der Julia. Hallo! Und dem Link. Und wir passen auch jetzt besser auf auf die Aufnahmsteile. Ich weiß, euch ist das letzte Folge wieder zu lang gewesen und ihr beschwert euch wieder, aber dann machen wir jetzt äh... Wie ist es hier? Die Hand! Die Hand! Geht das nicht raus? Mhm. Geht das nicht raus oder braucht das voll lang bis das... Ich glaub ich hab was kap... gemacht. Quatsch. Doch, ich glaub schon. Strom! Strom! Strom, please! Liss! Strom? 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 Da fährt ja Windows 98 schneller hoch, ey. Strom? Baba, mach deine Maschinen aus. Nein, die brauch ich. Wir brauchen ein E-System. Hätte ich das Zeug nur in der Kiste gelassen. Hätte ich's doch nur in der Kiste gelassen. Was ich gesagt habe. Weil ich glaub ich brauch ein Eimer, weil... guck mal Link. Ich glaub ich hab was kaputt gemacht. Ja. Was hast du schon wieder kaputt gemacht? Hab das... Das ist jetzt da drin. Das dauert nur bis es fertig ist. Hachst du? Bis es ausgehärtet ist. Trocknet ist, ja. Oder darf ich da Gold einfach drauf geben? Ne, ich muss warten. Vermischt sich das mit Gold? Hm. Jetzt ist es weg. Oh, gut. Also es vermischt sich nicht mit Gold. Ne, wenn du... Du weißt, wenn du das, wenn du den Hebel hochmachst, der automatisch rausgießt. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Das kann ich wie... Aber es vermischt sich nicht mit Gold, hast du gesagt, nicht wahr? Nein. Warte. Naja, du musst... Hey. Jetzt ist das Zeug raus. Naja, du musst so sagen. Ähm. Genau. Ich brauch's im E-System. Ähm. Wenn der Hebel nach unten ist, dann geht's ja nach unten raus. Also... Nein, wenn da oben ist, geht's raus. Das ist mir wurscht, aber ein Wasserhahn, der ist auch nach oben an, scheiße. Fuck. Brother, dein Wasserbecken ist verdammt klein. Was meinst du? Du weißt, dass du das mindestens 3-4 tief machen musst. Wieso? Ja, mit drin, was du... Ja. Du musst es halt so tief machen. Hast du mir nicht gesagt, du hast 6x6 gesagt. Wart ihr 10? Ach so. Wird das? Ach, Tintenfische? Ja. Tintenfische? Ich brauch scheiße nochmal Enderperlen, aber irgendjemand macht den ganzen Strom alle. Was? Brother? Ich nicht. Nein, du nicht. Semisystem ist da. Doch nicht. Warum leuchten die Festplatten? Weil Strom an ist. Ja, ne. Semisystem ist auch... Und meine Maschine geht gleich auch raus, weil die am Ende von der Leitung hängt. Und Brother ist vorher dranhängen. Oh, ich baue Eier. Komm schon! Komm schon! Du schaffst das! Komm schon! Komm, schnapp sie dir! Komm, komm! Schneller! Schneller! Was ist denn das? Ich muss trocknen. Kiste hilft, pusten, damit es schneller trocknet. Oder... Warum hast du da jetzt Gold drauf gegossen? Weil das steht, wenn man Luminate nimmt und Gold draufkommt, kommt los dann raus. Ey. Nein. Das steht aber so. Nein. Aber das steht... Glossom geht auch einfacher. Indem einfach Glas mit Glossom, das draußen rum. Haben wir ein Redstone-Furnace? Ich brauche ein Redstone-Furnace. Ja. Ich mach da noch mal ein Redstone-Furnace an, ne? Damit es ein bisschen... So! Was ist das, was ich hier in Händen halte? Hä? Natürlich geht's! Lüg mich doch nicht an, ey. Ja, aber es geht trotzdem mit Flurtransforsor schneller. Man muss nicht so lange warten, bis Tauchnern reinfällt. Aber der Flurtransforsor ist besetzt. Ach, Maul da hinten. Oh, auf billigen Plätzen. Ich bin eine Kuh, guck mich an. Ich bin eine Kuh. Haben wir einen Ruin-Stand? Nein, oder? Doch da... Wir haben einen Ruin-Stand. Moment, ey, es ist eine Kuh. Schlachtet ihn. Nein, nein, ich bin ein Hühnchen. Ich bin ein Hühnchen. Ich bin keine Kuh. Ich bin ein Hühnchen. Egal. Was war? Nein, ich bin ein Hühnchen. Moment. Dieser Kopf. Gut, dass ich nicht alles... Ich wollte sagen, ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Auch nicht. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Du, ich bin ein Schwein. Das wusste ich vorher schon. Der Kuh ist total geil, oder? Zieh mal deine Rüstung schon aus. Nein, das muss so sein. Jetzt zieh mal deine Rüstung aus. Ja, guck mal. Du musst gucken. Jetzt zieh mal deine Rüstung aus. Zieh mal mein Fen. Nein. So. Brother, zieh deine Rüstung aus. Warum soll ich meine Rüstung ausziehen? Weil sie besser aussehen. Nein, das sieht richtig schön. Der einarmige Huhn, Mann. Wolltest du auch mal? Hier könnt ihr ein paar Köpfe haben. Bisseschön. Mach lieber das SRW-System. Funktioniert, Brother. Mach ich. Warte mal. Ich muss noch hier den Ofen noch mal ein bisschen benutzen. Aber... Ach, Mann. Das verarscht mich doch. Wer verarscht dich? Oh, Mann. Das muss ja drin bleiben. Wie brauchst du denn? Was denn? Du hast... Du hast... Du hast erst 15. Ja. Das ist doch hart. Das ist doch hart. Das ist doch hart. Deswegen müssen sie auch laufen. Die ganze Zeit. Mach doch noch mehr Strom einfach. Was? Hau doch einfach so eine Energiezelle jetzt hin bei dir dran. Alter, ey. Du gehst mir auch um den Sinn. Dann häng ich dir jetzt einer da dran. Wenn du die abbaust, ist das Strom weg. Das soll ja Strom weg sein, oder nicht? Was? Da steht da, wenn ich close da und staub im Brewing Stand schmeiße, kommt Trank der Heilung raus. Das stimmt aber gar nicht. Da ist ein dickflüssiger Trank draus geworden. Da hast du Strom. Geht nur nicht anzuschließen. Warum nicht? Hm? Hier, boah, dann muss der Output irgendwo reinstellen. Rada! Schluss jetzt! Das Link muss jetzt mit mir. So. Ich hasse euch! Bis zum Kopf gehen rein. Ich hab den Link gerade Strom gegeben. Alles wird gut. So. Ich hab keine Ahnung. Läuft das denn eh? Ich brauche Kohle. Danke. Nur deswegen hast du das gekriegt. Gib mir die Kohle jetzt. Jetzt gleich alles kaputt hier. Willst du ärgern? Ja. Komm her. Ey. Ja. Geht weg? Ich hab einen Hit noch. Nein. Ich hab noch sechs Herzen. Also bitte. Was wollt ihr aber von mir? Julia, geh weg. Töten! Julia. Julia, ich töte dich, wenn du mich tötest. Was? Ey. War ich ein Trank der Heilung? Was steht da? Ich müsste Gloster und Staub reinpacken. Aber es stimmt nicht. Ach, ich weiß, was ich... Ne, hab ich nicht. Ne, warte. Muss ich das Wasser aus dem Braustand holen? Ja, ne? Ne. Du wirst eine Potion of Healing machen. Du wirst eine Potion of Healing machen, da brauchst du eine Glistering Melon für. Ja, da brauchst du eine Glistering Melone für. Oder du wirst dieses Elixier of Healing, oder was? Trank der Heilung. Da steht braun, oben Gloster und Staub, unten kommt Trank der Heilung. Das ist nur das Verbessern. Du brauchst eine Glistering Melon, ein Awkward Potion. Ja. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie das bei dir heißt. Okay. Danke. Bitte. Ich trink das jetzt einfach. Was schon. Wie ein Hitter war es jetzt? Ja, meine Güte. Was machst du mit meiner Stromleitung? ? Link? Leck dir die Stromleitung wieder dahin. Du kommst doch eh nicht raus, ohne die Stromleitung. Gut, dass ich das nie zuliebe. Leck die Stromleitung wieder dahin. Die Maschinen müssen laufen. Die Kiste steht im Weg. Da kann ich auch nichts, du. Meine Kiste da aus dem Spiel! Shift Links, klick damit habst du die abgebaut. Brother.. Du weißt, dass du bei dir die untersten Energien weggenommen hast, Strom ja nicht mehr nachkommt. Achja, da kommt ja von unten rein, ne? Ja, bau mal um. Schiff links, schiff links, klick uns die Kiste weg. Auf die Kiste. Hey! Meine Kiste aus dem Spiel. Nick muss umbauen, damit wir Strom haben. Lass mal jetzt hier. Ach, du machst verbesserte Kabel hin. Ich hab ne Kiste. Ja, aber dann mach doch bitte hier, dann schließt das unten auch wieder an, sonst kommt der Strom ja nicht nach. Ach, das reicht. Sehr gut. Ja, ein Kabel, so ist in Ordnung. So, jetzt können wir weitermachen hier. Ich brauch das Kabel, ich kann das da jetzt nicht hinmachen. Ich brauch Kohle. Kita! Wir haben ja noch pulverisierte Kohle drin, warum haben wir noch so viel pulverisierte Kohle? Geil. Weil, was wir gemacht haben. Haha. Ich brauch mehr Pulver, ich brauch eigentlich, brauch ich noch ein... Ich brauch noch so ein Einschmelzungsding hier. Hm. Aber jetzt haben wir keine Melonen. Äh, Julia, hast du mal nen Glowstone vielleicht? Stimmt, Melonen haben wir noch gar nicht, ne? Gerade. Ich hatte nur einen Glowstone Dust gemacht. Da muss ich hin. Ah, ja. Ja, ich bin gerade am Stromleitung umbauen. Ist alles gut. Wir brauchen ne Melone. Wir hatten ne Melone. Ja. Wir haben doch keinen Melonensamen, oder? Doch. Ähm. Ich weiß nicht, wüsste, aber können wir dann mal gucken. Das ME läuft nicht. Ich weiß, ich bin gerade am Stromkabel, äh, ändern. Link. Ja? Das ME-System geht nicht. Link, Link, das ME-System hat kein Strom. Ne, gib mir meine Kiste wieder. Nö. Das ist meins. Link, du, das ME-System ist aus. Warum ist es immer noch aus? Tja, das weiß ich nicht. Das hast du gemacht. Das ist deine Baustelle. Ach, die hat nen maximalen Output. Stimmt, die hat ja nen maximalen Output. Da! Wer hat nen maximalen Output? Die Energy Cell O. Achso. Das ist ja doof. Verhauptet ich jetzt mal so. Ejo. Also, die Dinger leuchten, aber Strom ist nicht drauf. Äh, ja... Hab das Putt gemacht. Das ist hässlich, mach das weg. Was ist hässlich? Na guck mal, was der Link da macht. Mach da, mach da den Vildschwein da rein. Ja. Geschwind, den Strom von der Quarry klauen. Warum legt der ein Kabel hier mitten in den Weg? Ja, weil ich den Strom von der Quarry... Ja, weil ich den Strom von der Quarry... Ja, hier geht ja eigentlich der von der Quarry nach oben. Den klau ich der halt jetzt geschehen, damit wir das müssen wir eh haben. Wir haben tatsächlich einen Melonenkern. Dann läuft die Quarry nicht mehr. Wir haben einen Melonenkern. Leute! Ibt euch das. Bau die Kürbisse ab, bau sie da hin. Bau, ibt... Ja, das hätt ich jetzt ja gemacht. Da ist ja eh noch... Aber ne, da wachsen Kürbisse nicht mehr, ist auch doof. Leg dir ein neues Feld irgendwo an. Du hast doch hinten diesen... Hier hinten ist noch der Bereich mit dem Schleim. Aber ich helf dir den eben auch zu heben. Ne, ne, ich weiß auch, da ist Hügel hier drin. Geh da eck! Warte, wir müssen hier hinten rum... Kirsten hat gerade da drin irgendwas gefressen. Ich hoffe, es war kein Huhn. Da war ne Feder. Ähm... Wir müssen, glaube ich, hier raus... Ich hoffe, es war kein Huhn, was? Nein, ich rupf hier einfach kurz mal eine Karotte aus. Wenn das gewachs ist, packe ich es wieder weg. So. Hüpps. Ja, diesen Schleimraum können wir mal eh da hinten nochmal wieder anschließen. Ich hole mal ein bisschen Cobblestone. Hm? Ich baue mal was Schnelles. Ähm... Gut, dass es eben eh es mir läuft. Habe ich noch Fackeln irgendwo? Fünf Stück? Das ist ja nicht eh... Äh... Bä... 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 Äh... Knochenmehl. Mehl. So heißt das weiß das Zeug genau. Ne, das heißt anders. Nein, das bau mí. Das heißt Knochenmehl. Das ist richtig. Hallo? Ist da irgendjemand draußen? Oh ja, da sind welche. Hallo? Na, Kollege! Na, mein Freund, wie geht's dir denn? Hau ab! So. Du wolltest abhauen. Du auch. Du auch. Ach, das lässt sich nur... Okay. Komisch. Ernsthaft? Lässt sich die Melone nur hochwachsen, aber die Melone selbst wächst dann nicht durchbauen? Richtig. Das ist schon immer so bei Minecraft. Das ME-System ist aus. Ich hab schon... Ja, ist gut. Nee, ist ja schon wieder anders. Ah, die Melone ist fertig. Nein, Kiste, du wirst die jetzt nicht fressen. Wisse, hab ich doch gesagt. Oh, ist das Elektrum? Hab ich nicht vorhin Elektrum gemacht? Ich hab... Ne, ich hab kein Elektrum gemacht. Warum hast du kein Elektrum gemacht? Weiß ich nicht. Hm. Boah, krass. Na Hexerei. Oh, Ruther, dein Pulverizer ist aus. Wir haben Strom. Wie hast du meinen Pulverizer ausgemacht? Ne, der ist Feuer. Ja, ja klar, natürlich. Ja. Wie viel brauche ich... Wie viel Redstone brauchst du mal, um es zu füllen? Vier... Ich... Okay, ja gut. Ich brauche nur 40 Redstone für so eine Energy Set. Ist ja easy. Eben. Ruther. Was machst du an meinem Magma-Ding? Ruther. Ja, probly. Was denn? Ich hab grad dein Ding vollgemacht. Mein Magma-Tigel hast du vollgemacht. Ja. Ja, das mag schon. Doch, wollte ich. Weißt du was? Guck mal. Ja. Guck mal, was ich's mach. Nein, geh weg. Was machst du da? Geh weg. Die Kohle raus holt. Geh weg. Geh weg. Ich geh doch weg. Warum machst du das? Geh weg. Weil das kann. Ich muss den Strom sorgen. Lass weg. Warum baust du das ab? Da ist gar keine Kohle drin hier gerade. Ja doch, da war ja noch flüssige Kohle drin. Jetzt ist Redstone drin. Was machst du mit dem Redstone? Ich baue das andere viel wichtiger als dein scheiß Redstone. Ja, und was der Link mit dem Redstone macht, das erfahren wir nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Voll, 15 Sekunden sind früh. Ich muss jetzt noch 10 Sekunden reden. Das geht nicht so. Kann doch nicht kürzer als 15 Sekunden sein. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gott.